Hallo, ich bin Monika und unterrichte an der Musikschule Hart, das schönste und das beste Instrument auf der ganzen Welt, das Fagott. Das Fagott gehört zur Familie der Holzbläser. Wie ihr seht, ist es sehr lang und groß. Würde man es auseinanderfalten, wäre es zweieinhalb Meter lang. Dadurch ist ein Klang besonders warm und tief. A Fagotton mindent el tudtak játszani. Néha egy kis nyulacskát, ami a tavaszi mezőn futkos és ugrál. Vagy egy olvadó, szerelmes, karamellás fagylaltot, ami elolvad a nyelveteken. Und jetzt zeige ich euch, wie man ein Fagott zusammenbaut. Das ideale Alter zum Fagottlernen ist neun oder zehn Jahre. Mit einem passenden Kinderinstrument kannst du aber schon mit sechs oder sieben anfangen. Das Fagott ist sehr vielseitig und deshalb habt ihr viele Möglichkeiten, in verschiedenen Musikrichtungen und Besetzungen mitzuwirken. Im klassischen Orchester, in der Blasmusik, in verschiedenen Ensemblebesetzungen, Jazz und so weiter. Fagotton mindent előttek. Und ganz allein klingt es so. Fagotton mindent előttek. Untertitelung des ZDF für funk, 2017